Hallo und herzlich willkommen. Ich bin jetzt hier in einer neuen Schlacht. Schlachtfeld? Äh, wo sind die anderen? Ach, die sind oben. Okay, ich kenne diese Runde nicht. Schlachtfeld. Okay. Gut. Äh, ja, gut. Äh, wo sind sie eigentlich? Schlachtfeld. Schlachtfeld. Hier ist der Lemmecatsch. Da vorne ist die Schlacht von Gynäas. Okay. Hm, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich war hier wirklich... Oder? Oh, ich komme erst ein bisschen nach oben. Was, das mit die Minen einnehmen? Da bin ich sicher. Ja, ich glaube, hier Minen einnehmen, Turm einnehmen und die Schmiede einnehmen. So, ich renne jetzt erstmal in eine Mine rein. Ich möchte die Mine einnehmen. Okay. Das machen schon welche. Dann renne ich einfach weiter. Okay. da sind die Alice. Da sind die Alice. Ach, ich bin jetzt mal vorhanden. Was ist das? Was ist das? Das ist Pipp Ah, mir geht aber Da ich glaube ich habe nicht viel Schaden gemacht, weil ich glaube ich habe mich getroffen. Sind alle wirklich mitgelaufen? Hat keiner gedefft? Kann doch nicht wahr sein. Ich glaube die Runde werden wir auch wieder verlieren. R5-3, das ist gut. Sehr gut, ich werde es verlassen. Oh, wir haben schon viele Punkte. Kann doch nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Oh, ich muss ja mal buffen. Warum vergesse ich das hier? So, die haben wir eingenommen. Die definiert sie da, das ist gut. Sehr schön. Ja, das ist gut. Ja, was ich schon mal chew. Was ist das? Ah! 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 Ich spiele wieder so schlecht! Go go go! Attacke! Meh! Ach je! Ich bin so schlecht! 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 Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Oh 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 Haben wir jetzt die andere Bar? Ha! Haben wir! Ne, haben wir nicht Nicht mehr So, und schauen wir erstmal in einem Basis, wie viele da sind. Einer, zwei, vier und ein. So, und dann, zwei, vier und ein. Kann man noch machen? Was kann man noch machen? Da haben wir mal zwei und dann kurz nachhören nur einen. Was sind die dahinten? Und die sind schon da vorne. Objektiv. God, was du mal? Das ist ein Problem. so eine ganz enge geschichte so Du, nicht mehr. Da schreit in deinen Hubs. Knapp daneben ist auch vorbei. Wir müssen hier die Mine, Sägewerk oder den Turm einnehmen und die Verschaffungsressourcen. Und wer als erstes 1500 Ressourcen hat gewonnen, wenn wir das jetzt schon nicht selber mitgekriegt haben, wovon ich mal sehr stark von rausgehe. Tadam! 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 Was ist das? Na gut, dann werfe ich mal ein bisschen. Na gut, dann werfe ich mich. Na gut, dann werfe ich mich. Na gut, dann werfe ich mich. Kann ich aufsatteln? Jetzt aufsatteln. Na gut, dann werfe ich mich. Na gut, dann werfe ich mich. 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 Oh, 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 oh. ja die holle hat gewonnen das war ein knapper sieg aber wir haben es geschafft ich habe schon ein bisschen dränges weifelt aber gut ist ich bin an fünfter stelle von der worte das ist ja mal wichtig da ist werde immer besser ein erobert okay danke fürs zuschauen und ich hoffe ihr seid am nächsten mal dabei wenn ich irgendein anderes spiel spiel wenn ihr mal was anderes sehen wollt wie gesagt schreibt in den kommentern wie auch immer also bis nächstes mal